Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen League of Legends Video und der eine oder andere von euch hat es ja wahrscheinlich eh mitbekommen ich habe in letzter Zeit zumindest ab und zu mal wieder gespielt so paar Games pro Woche oder Monat und habe aber die ganze Zeit auch über Prime Gaming zum Beispiel weiterhin Loot bekommen und eigentlich jedes mal wenn ich mich anmelde kriege ich mindestens ein Keyfragment und in der Zwischenzeit wo ich jetzt eigentlich nicht gespielt habe hat sich einiges angesammelt beziehungsweise wenn ich gespielt habe da laufen jetzt ja auch mal so Events wo man diese Orbs sammeln kann oder wo man sich Skins holen kann oder für Skins muss man ganz schön viel spielen oder Geld ausgeben aber trotzdem habe ich halt eine Menge Sachen einfach von verschiedenen Events gesammelt beziehungsweise eben einfach durchs Spielen und eben diese Random Skin Shards von Prime Gaming und ich dachte mir bevor ich das einfach so aufmache machen wir ein Video ich habe auch 11600 Essenz und auch eine Menge Skins hier schon parat den Victor Skin hier zum Beispiel den habe ich schon also wir könnten dann auch ein paar Random Skin Rolls machen die meisten von den Skins hier sind relativ teuer deswegen habe ich sie noch nicht gerollt aber wenn ich die Skins schon besitze kann ja durchaus passieren dann können wir die ja theoretisch auch rollen weil dann ja warum nicht und ja wir fangen wir einfach mal an Champion Kapsel Soraka Akali wow okay die hatte ich natürlich alle schon machen wir hier nochmal zwei Schlüssel draus geht es nicht ah doch ich dachte schon muss die einzeln herstellen perfekt dann was ist das hier Glorious Champion Capsule Sometimes Bonus Goodies okay hatte ich hatte ich ein permanentes Emote und ein Optic Enhancer Ward permanenten Ward Skin okay das ist doch gar nicht so schlecht auch wenn Ward Skins mir persönlich ziemlich egal sind ich wurde eh nie Kapper wie jeder echte Silberspieler ähm was ist das hier noch Eternis Series 1 Capsule das gleich von diesem einen Event ich habe keine Ahnung was da drin ist Eternis Set Shard ich habe keine Ahnung was das bedeutet ok 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 oh 6 not Orange Essence das ist gut ich habe keine Ahnung was das bedeutet ah hier oh oh wait what dafür kriegt man jetzt Essence ah into Eternis Set Permanent hier Information ne das ist schon das ach das ist kein I ach das ist kein I das ist ne was ist das das ist kein I ich dachte das ist so ein Informations I okay das muss ich mir nochmal anschauen ich habe keine Ahnung was das bedeutet aber ich schätze mal ich würde wahrscheinlich eher die Essence nehmen weil ich keinen von diesen Helden spiele deswegen würde es wenig Sinn machen irgendwas für diese Helden zu kriegen was ja anscheinend der Fall ist ja dann haben wir noch diese zwei Coven Orbs da haben wir einmal Fade Dragon Ash also das ist immer garantiert mindestens ein Skin drinnen und ich glaube da kann aber noch mehr Zeug drin sein ich glaube äh dieser Hextech Gemstone kann da auch noch drin sein uuuuh ein Legendary Skin Shard habe ich den schon? ne upgrade oh damn Battle was ist das eigentlich für ein Scam? du kriegst nur 364 Essence dafür aber 1500 kostet er sich? wow genau Gemstone kann drin sein na ne voll Metal Ramos oh boy okay lief bis jetzt nicht so gut wir können da noch 15 Kisten öffnen aber erstmal machen wir noch die 12 Random Skin Shards die sind wie gesagt von Prime Gaming ähm Snow Day Graves das ist ein Epic Progrim Camille ist auch ein Epic Leute noch ein Legendary what the ffff also entweder habe ich übrigens das Glück aber ich realisiere es gar nicht wirklich das sind halt alles Champions die ich nicht spiele ich meine ich gut ich spiele nur so 5 oder so aber trotzdem Count Kassadin Blood Moon Callista Outback Renekton okay der ist trash IG LeBlanc Challenger Nidalee oh der sieht ganz cool aus interesting oh boy okay noch zwei Ashen Lord Aurelian Soul und Void Nocturne wow okay ist nicht so interessant aber da müssten doch ein paar Skins eigentlich dabei sein genau die nur so 520 kosten weil da können wir einfach random Rerolls dann machen oh was ist das Pulsfire Twisted Fate den hatte ich aber glaube ich schon also bevor wir angefangen haben mit dem Video ich meine wir können natürlich noch mehr öffnen keine Frage hier ist noch ein 520er ja weil für 3 520er was kriegt man da an Essence na gut müssen wir warten müssen wir noch einen finden wobei vielleicht habe ich sogar echt keine 3 bekommen aber ich finde halt das wenige was man da an Essence bekommt ich meine selbst für einen 750er kriegst du gerade mal 150 und ein 750er wiederum kostet dich aber 450 ihn umzuwandeln das heißt 3 750er sind auch 450 und dafür kriegst du dann Random Skin kann natürlich übelst ja Trash sein aber rein theoretisch kann es ja auch gut sein die anderen hier sind auch alle 9,5 das sind alles 9,75er das gibt es ja gar nicht beziehungsweise sogar besser wow okay ja dann let's go ich save Trash wieso was wieso habe ich jetzt eine Chest bekommen oh okay nice hässlicher Skinner ich glaube das ist sogar 9,75er das ist das traurige dran genau keine Ahnung warum die jetzt hier separat ist aber dann öffnen wir die nochmal 16 Stück davon können wir aufmachen oh und direkt auch schon ein ähm Skin da können nämlich auch Champions drin sein wenn man Pech hat also naja Alter ich dachte schon ich wurde gescammed zwei Hextechs Chest Trash Trash Academy Darius uh Star Guardian Miss Fortune now we're talking JK oder was Blood Moon Tryndamere den habe ich noch nie gesehen in Skin Crime City Nightmare Shaco what the hell so eine Joker Anspielung oder was Enduring Sword Talon okay wir haben nur zwei Champion Skins oh nochmal zwei Keys nice 150 Essence und Emotes also Emotes sind wirklich absoluter Müll finde ich persönlich aber gut okay wir können nochmal sieben öffnen nice Lee Sin Trash Trash äh Ernest Elf okay Heartseeker Lucian Psy Opset Sea Hunter Arthrox okay der Skin ist eigentlich ganz cool muss ich mal in Flucht der Karibik denken und ein Emote wahrscheinlich oh ein Gemstone aber nur ein Gemstone aus so viel Loot das ist ja auch crazy braucht man nicht 10 für ein Skin ja braucht man auch wow oder nochmal drei Chests na Spaß oder was kann in der Chests drin sein ja das gleiche was wir jetzt schon bekommen haben im Endeffekt das ist schon heftig ey das ist schon heftig hier vor allem gibt es ja echt so viele Skins mittlerweile in dem in dem Hextech Store früher gab es ja nur Annie aber die habe ich schon alright ähm ja dann können wir hier Reroll 3 früher konnte man auch als es neu rauskam glaube ich da habe ich ja noch gespielt das Loot System da konnte man einfach drei Random Champions zu äh zu einem Permanenten machen und wenn dir nur ein Champion gefehlt hat dann hast du natürlich auch mal den bekommen den du kriegen äh also deswegen haben sie es wahrscheinlich geändert äh weil dann konntest du halt einfach äh äh random äh also den Champion der dir gefehlt hat statt für 6000 whatever kaufen äh konntest du ihn halt einfach Legit für für nichts holen im Endeffekt das war ja ziemlich nice aber gut dann müssten wir jetzt ja eigentlich hier komm Reroll Ernest Elf Tristana ist ein 520er aber Legacy dafür kriegt man gerade mal 104 naja den Rerollen wir ist mir egal äh aber das Problem ist nur wir haben wahrscheinlich nicht noch einen oder 1350 ich meine gut okay ist ein Epic ah hier Union Jack Fiddlesticks perfekt okay dann Rerollen wir die noch komm schon was gut ist Battle Bunny Riven da bin ich mir nicht sicher den Skin könnte ich vielleicht haben wie findet man denn da raus wie findet man denn heraus ob man einen Skin besitzt also das muss man doch irgendwie angezeigt bekommen ich kann doch nicht jeden Skin durchgehen nur dass der Own steht aber das heißt ich muss mir jeden anschauen kann man noch einen Own oh den hab ich was zum Teufel den hab ich oh Gott hab ich mir den damals gekauft oder was uff 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 ah den hier hab ich auch Feral Warwick okay das heißt ich hab drei auf jeden Fall die ich schon habe da ist ja die Frage ob es sich lohnt zu Rerollen oder ob man sich nicht doch lieber die Asche holt also die Essenz okay aber wo ist Battle Bunny Riven die hab ich jetzt gar nicht gesehen Riven achso die haben wir ja permanent bekommen nevermind die kann ich ja gar nicht besessen aber das war ja ach ich bin ja ein Rechard ich dachte gerade wir haben den Skin Shard bekommen ich hätte ja ach okay also wie viel kriege ich denn für den na für den kriege ich dann schon 270 ja was kriege ich für den Warwick für den kriege ich 195 ja gut ich glaube das ist echt dämlich und für den kriegen wir auch 270 das sind beides Epics naja ne okay dann holen wir uns die Essence zack zack also die drei wie gesagt die hab ich schon besessen nicht dass hier jemand ausrastet was äh du du vernichtest hier geile Skins bist du wahnsinnig alright okay und die restlichen müssten alles kann man dass man die auch nicht nach Preis sortieren kann oder ah doch value no mind 750 wow ich hab legit nur ein 57er damn eigentlich ist das ja ziemlich nice wobei ich weiß nicht vielleicht gibt's auch gar nicht also releasen die überhaupt noch Skins die nur 520 kosten vielleicht machen die das ja auch gar nicht mehr ich mein mir wird im Leben nicht ein 5er Spiel nochmal Geld auszugeben aber äh tja keine Ahnung Dark Cosmic Gin ich mein ich hab echt viel Essence also ich könnte mir theoretisch ein paar von denen könnte ich mir erstellen und hätte immer noch massenhaft Essence übrig aber das Problem ist halt wie gesagt ich spiel die Champions ich hab legit keinen Skin bekommen von einem Champion den ich in den letzten in dem gesamten letzten Jahr gespielt hab kein einzigen das ist echt crazy ja gut außer Tristan hat die hab ich gleich einmal gespielt ich glaub der Twisted Fate Skin sieht der ja gut aus hm na ich weiß nicht Twisted Fate hab ich glaub ich schon coole Skins und den spiel ich wie gesagt auch nicht oh man ach wisst du was ich glaub die Nidali hol ich mir ich werd zwar wahrscheinlich niemals Nidali spielen aber der Skin sieht echt cool aus das hab ich mir gar keinen geholt nicht dass mir irgendwann noch mal die Punkte geklaut werden genau und sonst ja sonst sind die echt nicht so schön eigentlich damn echt fast ein bisschen enttäuschend den hier können wir noch vernichten zack und ja dann würde ich sagen war's das auch schon wieder das heißt ich geh jetzt wieder drei Jahre lang Loots sammeln und dann können wir alles auf einmal öffnen und jo dann sehen wir uns im nächsten Video oder Stream checkt die Links in der Beschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal macht's kurz rein ciao ciao also hier wir sehen uns beim nächsten Mal wir bakalım pac número wie natürlich Bis zum nächsten Mal.